Hallo Martin, kurzer Satz zu Oldenburg. Was gefällt dir an Oldenburg? Die Organisation ist schon nachts zweieinhalb Wochen die Gegend. Ich habe schon Bremen besucht, ich war schon an der Nordsee und das innerhalb von einer halben Stunde alles. Halben Stunde und Stunde. Man hat hier einfach verschiedene Varianten, was zu machen. Wie sehen deine Ziele mit den Baskets aus? Natürlich zuerst den Pokal zu gewinnen, das ist das Wichtigste. Generell überhaupt ins Halbfinale vom Pokal zu kommen und dann wie gewohnt für die Baskets die Playoffs erreichen und dann vielleicht noch einen Schritt weiter machen Richtung Meisterschaft. Was sind deine sportlichen Vorbilder im Basketball und in anderen Sportarten? Sportliches Vorbild ist Lebron James. Ein sehr guter Athlet, aber auch auf der Court ein sehr gutherziger Mensch. Als Nichtathlet ist es gerade ein bisschen schwer darüber nachzudenken. Da würden mir einige einfallen, aber gerade jetzt auf die Schnellen nicht. Das war zum Beispiel Tom Brady. Das war so einer, wo ich gedacht habe, okay, gutes Vorbild. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020